Hallo zusammen. Es ist jetzt etwas mehr als sechs Monate her, dass wir unser Kickstarter-finanziertes Rundenstrategiespiel Battleworlds Kronos veröffentlicht haben. Sechs Monate, in denen wir das Spiel gemeinsam mit unserer Community laufend verbessert haben. So wurde zum Beispiel der Spielablauf deutlich beschleunigt. Man kann nun Einheiten parallel ziehen und Animationen überspringen. Und wer will, kann sich die gesamte KI-Runde in einer Art Schnelldurchlauf ansehen. Der Spieleinstieg wurde mit einem überarbeiteten Tutorial, einer erweiterten In-Game-Dokumentation und zusätzlichen In-Game-Infos vereinfacht. Profis können sich nun in der Online-Liga passende Gegner suchen, und zwar sowohl für offizielle Maps als auch auf User-Maps. Wir haben die Performance des Spiels verbessert, haben Hotkeys eingebaut, eine skalierbare UI, bessere Sounds, zusätzliche Effekte und vieles mehr. Aber das größte Update kommt heute. Dank unserer Kickstarter-Backer konnten wir das komplett kostenlose Trains-Add-on entwickeln. Trains führt die neue Einheitenklasse Züge ein und bietet eine völlig neue Kampagne mit rund 15 Stunden Spielzeit. Die Kampagne ist vom Schwierigkeitsgrad her oberhalb der beiden Kampagnen aus dem Hauptspiel angesiedelt und führt dich auf teilweise riesige Maps. Dort lernst du den Umgang mit den vier neuen Einheiten. Das Eisenbahngeschütz Big L ist mit seiner unübertroffenen Reichweite die vielleicht mächtigste Einheit im ganzen Spiel. Der Sabertooth-Raketenwerferwaggon ist im mittleren und nahen Bereich effektiv, sowohl gegen Land- als auch gegen Lufteinheiten. Mit Hilfe des mobilen Depots kann man Einheiten direkt an der Front aufmunitionieren und reparieren. Wie schnell ein Zug vorankommt, hängt davon ab, aus wie vielen Waggons er besteht und ob man einen oder zwei Triebwagen angekoppelt hat. Neben der neuen Kampagne warten zwei neue Multiplayer-Maps und eine neue Challenge-Map auf die Zugfans unter euch. All das ist dank unserer Unterstützer vollkommen kostenlos für Besitzer von Battleworlds Kronos. Es gab nie eine bessere Zeit, um ins Spiel einzusteigen. Bis bald, euer King Art Team.